Pokémon Randomizer Birkenstocks! Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk. Aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Es ist ein sogenanntes Pokémon. Sick. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen und nutzen sie überhaupt nicht aus. Bombastik Side Eye. Bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Junge? Mädel. Wir sind Mädel. Fesches Mädel. Und wie heißt du? Mein Name ist... Oh, sorry, ich bin auf die Leertasse gekommen. Ich meine, ich bin auf den, äh, den im Game Boy Advance vorhandenen Speed-Up-Knopf gekommen. Jaja. Jetzt habe ich es. Du heißt Mina und bist gerade nach Wurzelheim, meinem Heimat-Og... Hab nur Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft auf dich warten und überhaupt gar keine traumatisierenden Erlebnisse. Das ich noch lebe ist ein Wunder. Mina, wir sind da, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Wer sitzt vorne, though? Wer sitzt vorne, though? Wer sitzt vorne, dass ich hinten rein muss? Nun, wir sind im Wurzelheim. Wie gefällt es dir? Das ist unser neues Zuhause. Ist das idyllisch? Drei Häuser. Mina, dein Zimmer ist oben. Schau es dir doch mal an, Spatz. Fati hat dir eine neue Uhr zur Begrüßung geschenkt. Klasse. Jetzt kann ich immer nachgucken, wann mein Vater nicht da ist. Einer von Fati's Freunden lebt hier. Professor Birkers sein Name. Er lebt gleich nebenan, daher solltest du hinübergehen und dich vorstellen. Okay, bye. Oh, sorry. Hey, du. Wer bist du denn? Ach ja, du bist Mina, richtig? Du bist nebenan angezogen, stimmt's? Ich wusste nicht, dass du ein Mädchen bist. Puh. Jetzt hab ich steif. It's what she deserves. Hilfe! Das ist ein Zickzacks. Level 2. Hilfe du dort drüben. Bitte, Hilfe. In meinem Beutel, da findest du einen Pokéball. So. Jetzt wird's spannend. Mhm. Oh, Mann. Oh, Mann, was eine tolle Auswahl. Ich glaub, Relikant ist es, ne? Ja, es ist Gorillipop Slay. Was soll's? Teckel und Herdner. Klasse. Relikant. Slay. Du bist also Mina? Dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Naja, du weißt schon, der, der nie da ist. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich das Pokémon schenken, das du dabei benutzt hast. Fisch. Mein Kind. Bricks. Tut dir jedenfalls Pokémon und hilft mir dabei sehr. Nina, meinst du nicht, es wäre eine gute Idee, wenn du dich mit Bricks triffst? Hallo. Da ist ja Mina. Warum redest du von mir in der dritten Person? Bist du meine Kommentarsektion oder was? Ne, wir sind schon mal hier. Lass uns doch einen kleinen Kampf austragen. Na toll. Absol? Das hätte ich gern zur Auswahl gehabt. So. Ja. Ich denke, ich habe es kapiert. Ich weiß jetzt, warum mein Vater dich ausgesucht hat. Keiner redet von der Mom, wirklich. Wie cool wäre es, wenn die beiden Moms, also meine und die von Bricks, einfach so Verhältnisse hätten. Ich fände, das wäre übel Slay. Die Dads auch. Maybe. Danke für den Pokédex. Klasse. Ah, du hast auch schon einen Pokédex. Na, dann gebe ich dir dies. Dies Nuts. Achso, Pokébelle. Auch gut. Warte, Mina. Oh, was für ein hübsches Pokémon. Du bist das Kind deines Vaters. Ja, so funktioniert Biologie tatsächlich, Mutter. Wunderbar. Du siehst gut aus mit deinem Pokémon. Was haben wir hier noch alles in den Gebüschen? Ist es jetzt eigentlich schwerer, die zu fangen? Nö. Danke. Dankeschön. Ich liebe Targeting. I want it. Gib her. Läuft klasse bisher. Corazon. Folia. Hurenso. Oh, Süßi. Lampi. Das will ich haben. Cool, Lampi wurde gefangen. Passt. Der erste Trainer. Hoffen wir mal, dass er kein Legendäres hat. Eine Herausforderung von Trainer Ansgar. Schalo. Ach, komm, da lache ich ja. Ah! Ha! Ha! Relikant erreicht Level 8. He aids. Oh my God. I sure did Queen. Zum Glück ist das kein Nasslock. Na ja, theoretisch geht es ja allen gut. Noch niemand wurde besiegt. Wen haben wir hier? Oh, moin. Shiggy. Ich bin gelangweilt. So. Talukat kann verwirren. Wie passend. Oh! Oh mein Gott. Mann, zum Glück ist das kein Nasslock. I'm a legend. Ich habe dich angesprochen, weil ich dachte, ich könnte dich besiegen. Tja. F*** dich. Maluna. Weil wegen... Nein, ihr versteht doch. Wegen, ne? Wegen Mond. Bitte kein Crit. Bitte kein Crit. Bitte kein... Uh. Geht doch. Bis jetzt ist noch nicht viel passiert. Bis jetzt bin ich noch ein bisschen underwhelmed, muss ich sagen. Und wahrscheinlich sind das Worte, die ich bereuen werde. So, jetzt besuche ich meinen abwesenden Vater. Anyway, es geht weiter. Was werden wir hier Tolles finden? Ich bin so aufgeregt. Ja, mit fünf Bällen, das wird bestimmt super. Das klappt safe. Nimm das, Rayquaza. This is really embarrassing. Sch***. Oh! Zum Glück ist das kein Nasslog. Zum Glück ist das kein Nasslog. Zum Glück ist das... Zum Glück ist das... Wir müssen weiter. Ich will ja hier heute noch eine Arena mindestens schaffen. Oh, dem Brin geht es gar nicht gut. Holy S***. Vielleicht kann ich das ja fangen, hä? So. Äh, ja. Ich wollte nicht entkommen! Aber ich kann mir noch ein paar mehr Pokébälle kaufen. Das war alles taktisch und geplant. Nummer fünf bitte. Vielen Dank. Da! Mein Redemption-Ark! Ich habe nicht gespeichert! Wartet. Ich kann ja jetzt einfach speichern. Ich habe den... Ich habe ihn geloadet. Ich habe den Steak geloadet, anstatt zu speichern. Ich weiß, ich muss alles neu machen. Finden Sie, sieht ein bisschen sass aus, findet ihr nicht? Oh, ich bin Dead is Hell. Fuck out! Ich würde die ganze Welt an diesen wunderhübschen Blumen bedeckt sehen. Das ist mein Traum. Juckt! Ich wurde bepflanzt. Ew! Kibi? Ach Gottchen. Nein! Er ist verliebt! In eine andere... Jetzt applaudiert es ja eben auch noch. Meine Pokémon sind die Kings. Überzeug dich selbst. Okay. Aua, ein Kratzer! Ich brauche direkt einen Verband! Jeder Alpha-Mail. Ja, wir sind die Kings. Aui! Der links in der Mitte sieht aus, als hätte er kein Problem damit, die restlichen O-Weiß für irgendwas zu verraten. Wir werden dich hart ran. Nein! Oh, man! Nein! I mean, er hat nicht gelogen, ja. Oh, Gott sei Dank, es ist vorbei. Ei, ei, ei! Das war aber kein fairer Wettbewerb. Du hattest ein Ho-Oh! Ro hatte Ho-Oh und sagte, es war nicht fair. Süß! I want it! Immerhin kein Aquana! Wir wissen ja, was man über Aquana sagt. Yippie! It's Arena-Time! Lamus und Vylock! Bis jetzt läuft's. Ein Platscher, nichts geschieht. Vylock kann mit Ineko Pokémon züchten. War diese Info jetzt nötig, in meinen Chat zu schreiben? War das jetzt... Hat das Not getan? Hallo, ich bin Flizia, die Leiterin der Arena von Meta-Ross-City. Würdest du mir bitte zeigen, wie du kämpfst und welchen Pokémon? Ich würde gerne wissen, mit welchen Pokémon du kämpfst. Oh mein Gott. Bitte beruhigt euch im Chat. Alter, Kickli-Sprite sieht übercool aus, though. Ja, okay. Hey, we did it! Oh, geh weg, aus dem Weg! Police! Warte, warte doch! Bitte! Er musste bitte sagen, du kannst doch nicht einfach meine Waren stehlen. Anyway... Ähm... Jesus Christ! Bei mir bist du richtig, wir setzen die Segel in Richtung Faustauhafen! Okay. So. Radikal zeigt... Das will ich haben. Bitte nicht One-Shot. Suffering from Success. Ich hatte so einen Crush auf Royals, Kind, ne? Boah, was ein Mann! So, anyway, ich bin in die Arena. So, anyway, ich bin in die Arena. auf望 amerariamente! sich... in andere Hände,